Globosal, Globosal, Globosal! Booo, lo, G regime! Das ist einfach ein unbeschreibliches, mega gutes Gefühl. Also ganz... Glauben tun wir es noch nicht und ganz realisiert von es noch nicht, aber... Es ist passiert und... Das ist einfach ein Wahnsinn. Wir haben gewusst, bei den Herren sind wir sehr gut aufgestellt. Und das ist natürlich Gold wert. Ein Traum ist wahr geworden. Ja, der Empfang am Österreichhaus war jetzt ein Wahnsinn. Es ist natürlich lässig, da auf die Schultern abgedrängt zu werden. Die ganze Menge da beim Jubeln. Da merkt man, da hat sich jeder mich gefreut. Und das war jetzt einfach geil. Ich bin Olympiasieger. Ich bin Olympiasiegerach. Ich bin Olympiasiegerang.